Du bist mein bester Freund, ich vertrau dir. Du gibst mir Rückendeckung und ich dir. Was guckst du dir da auf dem Computer an? Ein Foto von meiner Süßen. Hab ich auch gerade gemacht. Willst du mal sehen? Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Das ist... Lauren. Lauren Scott. Ich hatte noch nie was mit zwei Typen gleichzeitig. Meinst du, all die Feministinnen haben dafür gekämpft, dass du jetzt die prüde Zicke spielen kannst? Dafür komme ich in die Hölle. Mach kein Theater und leg sie flach. Weißt du was? Du kannst sie haben. Wenn ich da mit dem Spiel bin, ist das sowieso nicht fair. Wie war das? Was soll das jetzt heißen? Gut, legen wir die Grundregeln fest. Ja, finde ich gut. Sie darf nicht erfahren, dass wir beide uns kennen. Wir gehen uns beide aus dem Weg. Und sie trifft die Entscheidung. Möge der beste Mann gewinnen. Das ist keine Übung. Die volle Rhein-Raus-Nummern. Hängen Sie sich an Agent Hanson ran. Lasst euer Land nicht im Stich, Jungs. Das war ein perfekter Abend. Lass es regnen. Ich bin gleich wieder da. Echt jetzt? Hast du mal wen mit bloßen Händen umgebracht? Diese Woche noch nicht. Tag, das ist mein Freund. Du schaffst das. Die schütteln sich bestimmt nur die Hand. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Du gibst dich nicht geschlagen. Nope. Das gibt Ärger. Ich glaube, mein Abzugsdingsbum steckt fest in meine... Oh mein Gott! Nur im Kino.